Wir sind hier mit Wolf of Wall Street, Jordan. Sales Hacks ist eine Unternehmensberatung mit dem Schwerpunkt Vertrieb und Marketing. Wir haben hier in Hamburg mittlerweile zwei Standorte und unterstützen Marketingagenturen, Kreativagenturen, IT- und Softwaredienstleistern und Dienstleistern im Allgemeinen bei sämtlichen Wachstumsprozessen, im Vertrieb, Marketingprozessen und so weiter und so fort. Das Besondere dabei ist, man geht individuell auf deine Bedürfnisse ein, man schaut letztendlich, was du für Probleme hast. Und ich habe immer das Gefühl, dass sozusagen ich an der Stelle auch gefordert werde, bei den Feldern oder bei den Themen, die noch zu entwickeln sind. Es ist halt nicht einfach ein Videokurs, sondern wirklich eine Betreuung Mensch zu Mensch. Dass man super individuell behandelt wird, dass man als Kunde nicht einer im System ist und das System wird immer wieder aufgegriffen. Ich habe durch die Betreuung gelernt, wie wichtig Konstanz, Schlagzahl von den Dingen, die man tut, wie wichtig das ist, weil nur so kann man auch mit jeder Hürde, die einem in den Weg gestellt wird, umgehen. Im Vergleich zu vorher machen wir richtige Fortschritte, vor allem durch neue Perspektiven und neuen Input. Die Besonderheit ist, dass wir ein Inkubator-Konzept haben, wo wir die Teilnehmer, unsere Kunden, aber auch ihre Mitarbeiter zu uns vor Ort holen und die Informationen vor Ort anwenden, während sie ihrer Arbeit nachgehen und so eine Effektivität erreichen, die es vorher noch nicht gab. Im Vorort, aber auch im Online-Consulting in Deutschland. Das Miteinander der anderen Teilnehmer. Wir hatten heute coole Leute kennengelernt und natürlich hier die Location. Wir hatten Themen von Führung bis hin zum Thema Branding. Ganz besonders spannend fand ich auch Case Studies, also dass wir als Teilnehmer mit eingebunden worden sind. Die Energie hier at Sales Hacks in Monaco ist, like, through the roof. It is insane. Everyone here is so excited. They're all learning through enthusiasm. Everyone wants to build. Everyone's networking together. It is the best. It's just like the best. Sales Hacks veranstaltet unter anderem Events wie zum Beispiel in Monaco, das Monaco Masterpiece. Das letzte Jahr haben wir das mit Jordan Belfort und mit Ryan Serent gemeinsam gemacht. Dort geht es besonders um die Themen Brand, Leadership, wie man sich aufbaut und differenziert im Markt und vor allem aber auch das Wichtigste, wie man es nun schafft, sich endlich aus dem Vertriebsprozess voll und ganz zu lösen. Diese Events sorgen dafür, dass das Netzwerk und die Expertise auf einem Weltklassenniveau ist, an dem jeder Unternehmer, der weiterkommen möchte, massiv daran profitieren und wachsen kann. Bei Sales Hacks glauben wir daran, dass Informationstransfer wichtig ist, solange er von einer hohen Qualität zeugt. Und die hohe Qualität, die holen wir uns sehr gerne von außen, weil wir daran glauben, dass Experten in ihrem Feld gebraucht werden und dass Experten in ihrem Feld auch zu Sales Hacks gehören sollen. Unter anderem zählt dazu Gerald Hüsch, einer der weltweit renommiertesten Führungskräftetrainer, der unter anderem die NASA, Rolls-Royce, die Deutsche Bank, die Commerzbank und die größten Unternehmen in der Geschäftsführung und im Top-Management bezüglich Leadership trainiert hat. All diese Methoden, die ich in Konzernen, großen mittelständischen Unternehmen und Unternehmen, die wachsen wollen, die im Scale-Up-Wachstum sind und sagen, wie kriegen wir dieses Wachstum gestemmt, alles, was ich dort trainiere, gebe ich jetzt praktisch hier Schritt für Schritt als Erklärung weiter. Gerry führt einen Live-Call einmal alle zwei Wochen mit unseren Kunden. Des Weiteren ist er ein regelmäßiger Gast auf unseren Events und ein direkter Ansprechpartner für alle Fragen, weil es um das Thema Führung und Leadership geht. Das Credo bei Sales Hacks ist das Folgende. Wir streben an, jeden Tag, Tag für Tag, Fortschritt für uns und für unsere Kunden zu erzielen. Das heißt, Fortschritt und kontinuierlicher Progress ist einer der wichtigsten Werte, die wir hier bei Sales Hacks haben. Das spiegelt sich wieder in sämtlichen Bereichen, ob auf unseren Events, ob innerhalb unserer Beratung, ob im 1 zu 1 Austausch. Fortschritt und täglicher Progress und Wachstum sind ein ganz, ganz wichtiges Credo hier bei Sales Hacks. Sales Hacks fokussiert sich auf die Besten in ihrer Kategorie. Unternehmen wie zum Beispiel Krüger Consulting, Lippepersonal, Talenthafen, Salty Breads, Auto Secure und viele mehr, welche in ihrer Kategorie zu den Besten ihrer Art zählen, sind Kunden bei Sales Hacks. Und da liegt auch unser Fokus, weil wir fokussieren uns darauf, wirklich zu einem Unikaten in ihrem Markt zu werden und nachhaltig ein Platzhirsch innerhalb ihrer Segments zu werden. Unsere Produktpalette kann gar nicht als standardisiert beschrieben werden, weil die Ausgangssituationen, mit denen Kunden zu uns kommen, so verschieden sind. Das heißt, am Anfang einer Zusammenarbeit steht immer die gründliche Analyse der Ist-Situation, um herauszufinden, wo stehst du gerade, was sind deine Probleme, welche Mitarbeiter hast du. Weshalb wir dann halt eben erst schauen müssen, über welchen Zeitraum wir zusammenarbeiten müssen und wie intensiv die Zusammenarbeit stattfinden muss. Im Zentrum, die Gemeinsamkeit jedoch, steht immer unser Bootcamp-Konzept, welches dir ermöglicht, eine Woche lang mit deinem gesamten Team vor Ort zu kommen, mit den einzelnen Persönlichkeiten an den einzelnen Aufgabenbereichen zu arbeiten, während du deine Arbeit ausführst, um dort in den einzelnen Bereichen Vertrieb, Marketing, Leadership, Management, Upselling immer besser zu werden und direktes Feedback zu bekommen von uns. Das, was Sales Hacks so besonders macht, ist die Qualität unserer einzelnen Mitarbeiter. Was viele nicht wissen, aber wissen sollten, ist, dass das Wachstum und der massive Erfolg von Sales Hacks nicht auf Davids oder meinen Schultern gewachsen ist. Ganz im Gegenteil. Jedes einzelne Teammitglied hier bei Sales Hacks hat einen nachweislichen Trade-Record, ob es aus dem Beratungssegment ist, ob es aus dem Vertrieb ist oder im Marketing oder in sämtlichen anderen Bereichen. Das heißt, jeder hier bei Sales Hacks hat echte Erfahrungswerte. Und wir haben hier eine sehr familiäre, aber trotzdem performancegetriebene Teamkultur und entwickeln uns stetig weiter. Ja, was ich besonders schätze, ist einfach der sehr, sehr persönliche und immer kompetente Umgang. Und es ist einfach ein angenehmes Verhältnis in der Zusammenarbeit. Ich schätze das gesamte Sales Hacks Team, wirklich jede einzelne Person im Team. Super herzliche Leute, gleichzeitig sehr, sehr kompetent. Dass Werte sehr, sehr stark im Vordergrund stehen. Persönlichkeit, Ehrlichkeit, also dass ehrlich kommuniziert wird. So, es wird wirklich proaktiv auf einen zugegangen. Plus eben auch unser Team, Vertriebsteam wird so betreut. Wenn du und dein Unternehmen die nächsten Wachstumsschritte gehen möchtest und wenn ihr wirklich ein außergewöhnliches Unternehmen aufbauen wollt und schnellstmöglich an euer Ziel kommen möchtet, dann könnt ihr euch über ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns eintragen. Von www.saleshacks.de Da wird sich einer unserer Berater exklusiv nur für dich Zeit nehmen, um deine Institution zu verstehen, um dir schon mal ein erstes Feedback zu geben, wo er schon mal Lücken sieht, um dich dann einzuladen zu uns vor Ort, um an diesen Problemen zu arbeiten. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf dich.